Das ist das neuste Fahrzeug in der Fahrzeugflotte von Bernmobil. Das ist der Swiss Trolley 5. Von aussen erkennt man das Fahrzeug an seiner dynamischen Front. Das Fahrzeug fährt vollelektrisch, normalerweise unter Fahrleitung. Es hat aber auf dem Dach auch eine grosse Batterie. Das erlaubt uns, das Fahrzeug auch ohne Fahrleitung einzusetzen, wenn es wegen Baustellen oder Veranstaltungen zu Umleitungen kommt. Auch innen ist das Fahrzeug topmodern. Zuerst, was einem auffällt, ist, dass das Fahrzeug 100% niederflurig ist. Das erleichtert den Einstieg für alle Fahrgäste. Das Fahrzeug weist eine neue Klimaanlage auf. Es sorgt im ganzen Fahrgastraum für angenehme Temperaturen. Neu sind die roten Ledersitzen. Sie sind besonders komfortabel und dank dem Leder besonders strapazierfähig und auch gut zum Putzen. Neu ist auch der grosszügige Stehplatzbereich. Der bietet auch Platz für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer. Aber jetzt wollen wir doch das Fahrzeug mal testfahren. Das Fahrzeug ist natürlich immer ein wenig Gewohnheit. Wie mit allem. Aber er fühlt sich sehr fein zum Fahren an. Ich freue mich richtig darauf, mit dem kurz zu fahren. Das ist sicher ein super Fahrzeug. Was ist die Erfahrung für die Fahrer? Also für die Fahrer, die ich bis jetzt gemacht habe, sind sie begeistert. Weil das Fahrzeug sehr fein zu fahren ist. Sei das beim Wegfahren, beim Beschleunigen oder vor allem beim Bremsen. Neu ist natürlich, dass wir nicht aussteigen müssen, wenn wir die Stromabnehmer einziehen. Aber das bedingt eben so einen Trichter. Bermobil freut sich auf die neuen Fahrzeuge. Dank diesen werden wir noch umweltfreundlicher werden. Und ab dem 11. Dezember sind erste acht Bössen fahrplanmässig im Einsatz. Ja.